In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einer Heimnetzgruppe beitreten können. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Heimnetzgruppe auf einem PC, der unter Windows 7 oder unter Windows 8 läuft, eingerichtet wurde. Und so geht's. Tippen Sie auf der Kacheloberfläche einfach drauf Los und geben Sie als Suchbegriff Heimnetz oder Heimnetzgruppe ein. Klicken Sie dann auf Einstellungen und auf Heimnetzgruppe. Sie wechseln damit in die PC-Einstellungen und direkt in die Rubrik Heimnetzgruppe. Hier wird mir angezeigt, dass eine Heimnetzgruppe verfügbar ist. Ich muss das Kennwort für diese Heimnetzgruppe eingeben und dann auf Beitreten klicken. Beachten Sie, dass bei der Eingabe des Kennwortes zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Es dauert dann einen Moment, bis die Verbindung zur Heimnetzgruppe hergestellt wurde. Danach kann ich festlegen, welche Inhalte ich mit der Heimnetzgruppe teilen möchte. Ich aktiviere hier die Bibliothek Bilder. Wenn Sie etwas weiter nach unten scrollen, dann sehen Sie das Passwort für diese Heimnetzgruppe. Außerdem gibt es hier die Schaltfläche Verlassen, über die Sie die Verbindung zur Heimnetzgruppe beenden können. Sehen wir uns einmal an, wie die Heimnetzgruppe jetzt im Windows Explorer auftaucht. Ich starte den Windows Explorer, indem ich die Tastenkombination, Windows-Taste und E drücke. In der Navigation auf der linken Seite sehe ich unter Heimnetzgruppe zwei Einträge. Der erste gehört zu dem PC, vor dem ich gerade sitze. Hier taucht nur die Bibliothek Bilder auf, die ich ja gerade zum Teilen freigegeben habe. Der zweite Eintrag darunter, mit meinem Namen, gehört zu einem anderen PC im Netzwerk. Auf diesem sind die Bibliotheken, Bilder, Dokumente und Videos zum Teilen freigegeben. Wenn ich die Ansicht in der Navigation auf der linken Seite erweitere, sehe ich auch den Namen des anderen PCs. Die über das Netzwerk freigegebenen Bibliotheken bzw. Ordner kann ich genauso nutzen, wie die Inhalte auf meinem eigenen PC. Ich öffne die Bibliothek Bilder und dann eins der Bilder per Doppelklick. Windows 8 zeigt mir dann das Bild in der Foto-App an. Mit Hilfe der Tastenkombination Windows und D gelange ich wieder zurück zum Desktop. Die Freigaben auf dem anderen PC sind so konfiguriert, dass die Inhalte für mich nur zum Lesen bereitgestellt sind. Das heißt, ich kann hier keine Bilder löschen oder ändern. Um Ihnen das zu beweisen, versuche ich ein Bild zu löschen. Ich klicke es mit der rechten Maustaste an und wähle im Kontextmenü Löschen. Danach muss ich den Vorgang mit Ja bestätigen. Anschließend erhalte ich einen Hinweis, dass ich dieses Bild nicht löschen kann, weil mir die nötigen Zugriffsrechte fehlen. In diesem Video habe ich Ihnen gezeigt, wie einfach es ist, einer Heimnetzgruppe beizutreten und Inhalte von anderen PCs im Netzwerk zu benutzen. Bei einem Netzwerk in Ihren eigenen vier Wänden müssen Sie dabei in der Regel keine besonderen Sicherheitsregeln beachten. Wenn Sie die Heimnetzfunktion dagegen beispielsweise in einer Firma einsetzen wollen, zu deren Räumen auch fremde Personen Zugang haben, dann sollten Sie die Anzahl der freigegebenen Ordner auf das Nötigste reduzieren. Geben Sie immer nur die Ordner frei, die gerade aktuell zum Datenaustausch mit Kollegen nötig sind. Wenn andere Personen gerade nicht auf Inhalte auf Ihrem PC zugreifen müssen, dann deaktivieren Sie die Freigabe der Bibliotheken am besten ganz. Geben Sie immer wieder auf Inhalte auf Ihrem PC zugreifen müssen Sie die Freigabe der Bibliotheken am besten. Geben Sie immer wieder auf Inhalte auf Ihrem PC zugreifen müssen Sie die Freigabe der Bibliotheken am besten.